Hi, ich bin Marc und ich bin heute wieder im Schwarzwald unterwegs. Heute auf den Bernstein. Keine große Wanderung, das sind nur zweieinhalb Kilometer, aber ich habe trotzdem Lust rauszugehen, ein bisschen Bernstein erkunden. Schweres Gepäck dabei. Ich habe heute Holzvergabe damit, Tarp, alles Mögliche. Um es mir einfach ein bisschen gemütlich zu machen, da oben ist es heute der Wetterumschwung vorausgesagt, deswegen habe ich auch hier meine Regenklamotten mit, aber im Moment, wie ihr bestimmt sehen könnt, das ist ein wunderschöner Sonnenschein und da hat es mich nicht zu Hause gehalten. Man muss hier einfach raus. So, wenn ihr Bock habt, kommt doch einfach mit. So schön hier. Echt. Klasse. Die Hälfte des Weges habe ich geschafft. Sind mega windig hier oben. Das heißt, viel mit Filmen wird nicht mehr sein. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt im Hintergrund bestimmt. Von so einem kleinen Pfad gehe ich jetzt hier lang. Es ist so geil hier. Toll. Jetzt bitte. remembered. In der turmeric wurde wieder durch und da Vielen Dank. So, ich bin jetzt beim Bernstein angekommen. Ich zeige euch gleich nochmal so einen Rundumblick. Und hier gibt es noch offizielle Feuerflächen, die sind ein bisschen scheiß aus. Die werden gleich erstmal auffallen. Das ist mega hinweg. Ich weiß nicht, ob das heute gut was wird mit dem Film beim Kochen. Aber ich habe heute, ah, ich habe da Holz vergarnet und bin gerade unterwegs. Ein bisschen anfeuer Holz versorgt. Das Bier und Rinder habe ich auch gefunden. Toll. So. So, super. Ich will nur noch entscheiden, wo ich den Holz vergarnet hinstelle. Ich glaube in die Feuerstelle. Also im sichersten muss er erstmal auffallen. So, die Feuerstelle ist wieder in Ordnung. Na ja, zumindest soweit ich es halt jetzt machen kann. So, und das geht es bei mir heute zu essen. Einmal Fleischkäse. Hallo. Zwiebeln, ein Ei dazu und lecker Brot. Das Ganze mache ich in meinem schon lange nicht mehr genutzten Holz vergarnet und kochen werde ich hier am Tisch. Der Tisch ist nämlich aus Stein. Der kann also nicht anbrennen. Wasser habe ich natürlich zum Löschen auch dabei, so wie sich das gehört. So, in derespace geht es weiter. So, jetzt machen wir ihn jetzt. So, ich muss jetzt mal hier aufpassen. Bis zum nächsten Mal. Zitzen Zitzen. Flüssig Vielen Dank. So, Essen ist fertig. Wir machen jetzt noch ein bisschen Wasser warm für den Kaffee nach dem Essen. Aber jetzt erstmal probieren. Also, ganz einfaches Essen heute. Ein Mix spektakuläres. Es gibt Fleischkäse mit Zwiebeln und einem Schwiegerei. Allein die Zwiebeln sind schon lecker. Das muss nicht immer aufwendig sein. So, wirpassen. So, wenn die Zwiebeln kommt, wir in die Zwiebeln zu verlenen. Die Zwiebeln sind dann da. Und dann ist das, wenn die Zwiebeln kommt. Das ist wirklich schön. Mittagessen ist durch, das war lecker, einfach aber lecker und ich trinke jetzt noch einen Kaffee. Erst noch ein paar Neapolitaner Waffeln, sind zwar keine Mannerwaffeln, aber trotzdem lecker. Ja, es wird komplett zugezogen und da kommt auf jeden Fall Regen drauf. So Leute, ich verabschiede mich von euch, vom Bernsteinfelsen, war eine richtig coole Tour heute. Ich laufe jetzt hier noch runter zu einem Brunnen. Wenn der Brunnen Wasser führt, dann ist der nur drei oder vierhundert Meter entfernt ungefähr. Dann wäre das natürlich mega. Werde ich mir jetzt anschauen, war auf der Karte zu lesen. Und ja, hier ist auf jeden Fall ein Overnighter fällig. Und hier bringe ich auch mal den Dutch Oven mit. Das geht noch von der Entfernung. Gut, alles klar. Ich wünsche euch eine tolle Zeit hier draußen in der Natur. Wir sehen uns wieder bei euch auf dem Kanal oder bei mir auf dem Kanal. Macht's gut. Tschüss. Applaus 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 Vielen Dank.